mit 300 euro in der hoffnung dass wir heute mal den kopf kriegen schauen ob es klappt schade drei stück sind ja schon 300 euro das wäre gut oder eine verlängerung hier habe ich auch natürlich gerne nehmen 43 euro nur leute dann machen wir das ganze noch mal und hoffen dass wir jetzt mal den kopf erlangen ach Mist fing wieder so gut an schade auf den ersten 3er wäre natürlich super jetzt kommen auch einfach ein 4er 69 euro und man zwei jahre jetzt noch zwei dreier und dann das wäre auch gut oder verlängerung vielleicht mal ja gar nichts 111 euro mal gucken ob wir so reinkommen zwei bücher mies ich probier's mal mal gucken sehr hoher einsatz heute mal auf den 8er vielleicht das wäre nice jetzt mal rein zu kommen schade fast mal eine serie volle reihe schon den großen gewinn an ach komm schon ich will jetzt auch auf euro mal so aah schade zwei bücher aber volle reihe kuh heute müsste doch mal so hinkriegen ohne da rein zu kommen ohne zu kaufen was meint ihr möglich ist es doch dann mal schön was zahlen schade ein kopf hoch das lohnt sich auch schon die köpfe naja will aber glaube ich könnte jetzt nochmal gleich kommen könnte noch was machen ich glaube schon ein bisschen eingepennt jetzt gerade wieder hat er ja noch ein paar gewinne gezeigt und sich wenigstens hält ja ich nehm jawoll ah schade so und was machen wir jetzt jetzt sind wir drin auf 8 euro ach komm leute wir nehmen nochmal den kopf ein 3er reicht ja oh oh die ersten beiden ach mist 116 euro jetzt komm noch ein 3er wenigstens das wir wieder hochkommen verlängerung vielleicht irgendwas eiii das wäre voll gewesen was ich ja überlegt hatte zu nehmen komm das mach nicht so 132 euro 132 euro auf 8 euro haben wir uns zu früh gefreut das war auch gierig wieder ne gierfrist hier wie man so schön sagt ich hoffe wir kommen nochmal rein dann nehme ich ein Symbol äh ein Buchstaben ein Symbol macht nicht mal 2 Bücher ah 3 komm direkt rein er macht nicht mal 3 Bücher schade jetzt 3 wäre natürlich Gold wert gewesen jaja ein eieieiei ja jetzt jetzt kommt und wenn im kater sind so viele cars in dem k es nur in euro fach ich habe zwar ich hatte zwar erst gesagt aber wir nehmen k man einfach ein folge erster drei auf den sechsten hoffen wir mal auf verlängerung oder gegen was dann hätten wir auch den kopf nehmen können ganz ehrlich leute 135 euro auf 9 euro ist gar nichts